Herzlich willkommen zum Livestream Grundlagen der Schüßlersalze. Ich wurde in letzter Zeit immer wieder von Patienten oder anderen an Schüßlersalzen interessierten Menschen zu vielen Dingen befragt. Und da ist mir etwas aufgefallen, dass manche Dinge einfach zu eng gedacht werden. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, dass ich mal eine Vortragsserie starten möchte über die Grundlagen der Schüßlersalze. Und damit beginnen wir heute. Und das heutige Thema sind ja Entzündungen. Und viele Menschen, die mit Schüßlersalzen arbeiten, wissen, dass zum Beispiel die Nummer 3 Ferrumphosphoricum ein ganz wichtiges Mineralsalz für Entzündungen ist. Aber dann war es das auch schon bei vielen. Und Schüßler selber sprach ja auch noch von anderen Mineralsalzen über die Entzündungen. Und ich möchte jetzt einfach mal zu diesem Thema, mal das Thema Entzündungen etwas aufdröseln. Und fangen wir einfach mal an. Aber vorher, bevor wir loslegen, muss ich jetzt mal in die Präsentation. Und zu Anfang habe ich einen Warnhinweis. Und zwar, bitte beachten Sie, dass die Hinweise und Aussagen in diesem Livestream niemals die Behandlung eines erfahrenen Therapeuten ersetzen können. Also versuchen Sie, nicht selber sich zu behandeln. Denn die eigene Betriebsblindheit bringt einen häufig auf vollkommen falsche Wege. Und dieser Livestream, meine Vorträge sind dafür gedacht, die Wirkungsweise, das System der Schüßlersalze besser zu verstehen. Was sind Entzündungen? Entzündungen sind komplexe biologische Abläufe auf Reize, auf schädigende Reize und Reizstoffe und als Reaktion auf Infektionen, Verletzungen oder Krankheiten. Entzündungen müssen also nichts Schlimmes sein. Entzündungen haben auch einen wichtigen Charakter, dass sie etwas reinigen, dass sie etwas fördern, dass sie etwas zum Heilen bringen und sind nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Aber es gibt auch verschiedene Formen von Entzündungen und es gibt auch welche, wenn sie lange anhalten, dass sie sich schädigend auswirken. Entzündungen sind also nützlich, da sie ein wichtiger Teil des Abwehrsystems sind. Und Entzündungen werden problematisch bei Autoimmunerkrankungen, bei Allergien, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei Stoffwechselerkrankungen. Man kann diese Liste auch noch weiter fortsetzen, aber das ist so mal auf den ersten Blick, auf den schnellen Blick, so das Wichtigste. Und Entzündungen werden unterschieden in verschiedene Bereiche. Heutzutage hat man zwei Hauptarten von Entzündungen. Das sind einmal die akuten Entzündungen und zum anderen chronische Entzündungen. Und früher gab es drei klassische Entzündungsstadien. Mit früher meine ich die Zeit, als Schüßler lebte und wirkte. Und Schüßler unterschied zwischen drei Entzündungsstadien, die er dann nummeriert hat. Oder ich weiß nicht, ob generell die Entzündungsstadien damals nummeriert wurden. Das könnte auch sein. Und das erste Entzündungsstadium, das war das Stadium der akut entzündlichen Prozesse. Und das zweite Entzündungsstadium, das ist das Stadium der chronisch entzündlichen Prozesse. Und das dritte Entzündungsstadium, das ist das Wiederherstellungsstadium, das Stadium der Reparatur der Gewebe. Das wird heute nicht mehr sonderlich aufgeführt. Man spricht heute auch im akuten Entzündungsstadium und auch im chronischen Entzündungsstadium auch von der Reparatur und von der Wiederherstellung der Funktion und der Gewebe. Also da wurde nichts weggenommen und man missachtet es nicht. Aber ich nehme gerne diese drei Entzündungsstadien weiterhin, auch in der heutigen Zeit, um auch die Wirkungsweise der Schüßlersalze zu erklären. Und es ist also nichts Falsches, es auch so zu machen. Das erste Entzündungsstadium ist das akute Entzündungsstadium. Das ist etwas, was plötzlich erscheint und eher von kurzer Dauer ist. Also von kurzer Dauer, also wenige Tage. Und es ist das hitzige Stadium. Hitzig deswegen, weil es mit Fieber einhergehen kann. Es muss nicht, aber es kann mit Fieber einhergehen. Oder das örtlich begrenzt, dort wo die Entzündung auftritt, eine erhöhte Temperatur auftritt, die fühlbar ist, die auch messbar ist. Und dann haben wir bei oberflächlicher Entzündung eine intensive heiße Rötung. Und dieses Gewebe, das was jetzt von der Temperatur erhöht ist, was vielleicht intensiv gerötet ist, ist auch in der Regel berührungsempfindlich. Und wir haben auch sehr häufig einen typischen Schmerz. Der ist klopfend pochend. Und dieser klopfend pochende Schmerz verstärkt sich bei Bewegung, bei Berührung oder auch bei Druck. Und der Schmerz verstärkt sich bei Wärme. Und es ist so, dass dieser Schmerz sich durch Kälte verringert und durch Ruhe ebenso. Und auch im ersten Entzündungsstadium kann es dann zu einer Schwellung des Gewebes kommen. Zu einer leichten Schwellung und zu einem Funktionsverlust oder zu einer Funktionsbeeinträchtigung des Gewebes. Das zweite Entzündungsstadium ist das chronische Entzündungsstadium. Und das ist länger anhaltend und oftmals schädlich. Vor allen Dingen, wenn es über Monate oder Jahre oder noch länger anhält. Und das chronische Entzündungsstadium geht einher ganz häufig mit Schwellungen. Und Schwellung heißt im Lateinischen Tumor. Also Tumor heißt nicht gleich immer, dass etwas bösartig ist, sondern es heißt nur, dass es eine Schwellung ist. Und das zweite Entzündungsstadium wird sehr häufig auch begleitet durch Müdigkeit. Auch manchmal durch Fieber. Aber es ist nicht so ein Fieber wie in dem ersten Entzündungsstadium, was also in der Regel sehr hitzig sein kann. Und wir haben ein Unwohlsein. Und es können beim zweiten Entzündungsstadium Gelenksschmerzen, Gewebeschmerzen, Nervenschmerzen unterschiedlichen Charakters auftreten. Es gibt jetzt keinen typischen Schmerz des zweiten Entzündungsstadiums, so wie es beim ersten Entzündungsstadium auftritt. Und es können Verdauungsstörungen auftreten. Und auch Hautprobleme. Und im dritten Entzündungsstadium, das das Wiederherstellungsstadium ist, ist das das Stadium der Reparatur. Dort wird dann im dritten Entzündungsstadium die Schleimhaut oder die Oberhaut oder beides erneuert. Und wir haben sehr häufig Schmerzen, Gelenkschmerzen oder Gewebeschmerzen. Und das dritte Entzündungsstadium hat einen typischen Schmerz. Das ist ein Druckschmerz, der sich so anfühlt, als wenn das, was entzündet ist, unter einem Druck steht. Und wir haben auch im Bereich des dritten Entzündungsstadiums häufig auf der Haut gelbliche Abschuppungen oder gelblich schleimige Ausscheidungen oder Auswurf beim Husten. Und wir haben auch im Bereich des dritten Entzündungsstadiums sehr häufig Verdauungsbeschwerden, auch Übelkeit und das kann sogar bis zum Erbrechen kommen. Was ist bei Entzündungen sonst noch auffällig? Etwas, was zu Schüsselers Zeiten weniger bekannt war, was aber heute bekannt war und auch bei Entzündungen eher beachtet wird, das ist das Auftreten von Entzündungsmediatoren, die das Abwehrsystem stimulieren und die Abwehrreaktionen auch einleiten. Aber diese Entzündungsmediatoren können entweder zu wenig vorhanden sein oder zu viel und dann können diese auch Entzündungen fördern und sich dann schädigend auswirken. Und diese Entzündungsmediatoren nennen sich unter anderem Zytokine, die bestehen unter anderem aus Eiweißstoffen, dann haben wir die Prostaglandine, die bestehen unter anderem aus Fetten und dann das Histamin und das Stickstoff Monoxid. Und es gibt eine Zuordnung der Entzündungsstadien, die Schüsseler bereits vorgenommen hat und Schüsseler ordnet diese drei Entzündungsstadien jeweils einem bestimmten Mineralsalz der Schüsselersalze zu. Die Nummer drei, das Ferrumphosphoricum, ist das Mineralsalz des ersten Entzündungsstadiums. Die Nummer vier, das Kaliumchloratum, ist das Mineralsalz des zweiten Entzündungsstadiums. Und die Nummer sechs, das Kaliumsulfuricum, ist das Mineralsalz des dritten Entzündungsstadiums. Und reichen diese drei Mineralsalze tatsächlich bei allen entzündlichen Prozessen aus? Und dazu muss ich sagen, leider nein. Sie decken einige Bereiche ab, wichtige Bereiche, und viele überhaupt nicht. Und Entzündungen sind sehr, sehr vielschichtig und daher können im Prinzip irgendwie alle Schüsselersalze bei entzündlichen Prozessen notwendig werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Nummer eins, das Kaliumfluoratum. Wir schauen uns erstmal bei jedem Mineralsalz an, was es eigentlich so hauptsächlich zu wirken hat und dann, wie es also speziell im Bereich der entzündlichen Prozesse auch Funktionen erfüllen kann. Das Kaliumfluoratum wirkt hauptsächlich auf die elastischen Fasern. Es bildet Hornstoff, die Knochenhüllen und hat eine Wirkung auf Gehirn- und Nervenzellen. Und dann hat ja jedes Mineralsalz drei Aufgabenbereiche. Es hat etwas aufzubauen, in Betrieb zu halten und zu reinigen. Und im Bereich des Aufbaus hat Kaliumfluoratum Elastin zu bilden, Hornstoff zu bilden, aus dem die Haare bestehen und auch Muskeln, Sehnen und Bänder. Und im Bereich des Betriebs ist Kaliumfluoratum wichtig für die Beweglichkeit, also für das Ausdehnen und das Zusammenziehen der Zellen und auch für die Elastizität. Und im Bereich der Reinigung hat Kaliumfluoratum die Aufgabe, Verhärtungen abzubauen. Und welche Wirkung hat jetzt Kaliumfluoratum auf entzündliche Prozesse? Zum Beispiel entzündliche Sehnenprobleme. Sehnenprobleme sind auch Entzündungen sehr häufig, die sich dann als Tennisarm oder Tennisellbogen oder Golferellbogen zeigen. Sehnenscheidenentzündung, die ja auch sehr häufig verbreitet ist, kann also auch Kaliumfluoratum benötigen und Achillissehnenbeschwerden, entzündliche Muskelzerrungen, Fersensporn und Knochenhautentzündung, die übrigens sehr, sehr schmerzhaft ist. Und Kaliumfluoratumangel hat einen ganz speziellen Schmerz, den dieser Mangel erzeugt. Das ist ein ätzender Schmerz. Wenn Sie sich nichts vorstellen können, was ein ätzender Schmerz ist, dann kennen Sie vielleicht einen brennenden Schmerz. Und ein ätzender Schmerz ist eine Steigerung eines brennenden Schmerzes, so wie wenn etwas verätzt wird. Auch Hautentzündungen können Kaliumfluoratum benötigen, vor allen Dingen dann, wenn sie einreißen, also wenn die Haut rissig wird und auch blutig einreißt, wie das sehr häufig bei der Neurodermitis der Fall ist. Und da kann dann bei einer Neurodermitis, die ja auch sehr häufig mit entzündlichen Prozessen parallel einhergeht, auch Kaliumfluoratum, auch sehr wichtig sein. Das zweite Mineralsalz, das Kaliumphosphoricum, hat hauptsächlich die Eiweißsynthese zu regeln und ist für den Parasympathikus zuständig. Und aufzubauen hat Kaliumphosphoricum Eiweiß. Es hat aus Aminosäuren die körpereigenen Eiweiße zu bilden und ist daher an der Zellneubildung beteiligt, weil Zellen eben vor allen Dingen aus Eiweißstoffen bestehen. Dann ist es ganz wichtig zur Knochenbildung, auch zur Bildung des Kalus bei Knochenbrüchen, dann zur Bildung des roten Knochenmarks, dann zum Aufbau von Muskelzellen, von Blutzellen und auch von Abwehrstoffen und Entzündungsmediatoren, die aus Eiweißen bestehen. Und im Betrieb hat Kaliumphosphoricum die Aufgabe, das Immunsystem zur Steuerung, ist also für die Immunisierung wichtig, also für das Abwehrsystem, ist es für die Muskeltätigkeit wichtig und auch für die Beruhigung. Und bei der Reinigung hat Kaliumphosphoricum vor allen Dingen die Aufgabe, Eiweiße abzubauen und so zu zerlegen, dass der Körper keinen Schaden davon trägt. Was kann Kaliumphosphoricum jetzt bei entzündlichen Prozessen noch helfen? Und zwar bei Allergien. Es ist ja ein ganz wichtiges Mineralsalz, was eben das Immunsystem stärkt und bei einer Schwächung des Immunsystems reagiert das Immunsystem dann sehr häufig auf harmlose Stoffe, auf sogenannte Allergene dann und übermäßig, weil es nicht mehr die Kraft hat zu unterscheiden, was ist jetzt ein Feind, was ist ein Freund. Und Allergien können dann auch Entzündungen weiter vorantreiben. Schleimhautentzündungen können eben auch mit Kaliumphosphoricumangel in Zusammenhang gebracht werden, vor allen Dingen, wenn dann eiweißhaltige Stoffe ausgeschieden werden über die Schleimhäute. Fieber kann durch einen starken Kaliumphosphoricumangel entstehen, dann auch sehr häufig in Verbindung mit Fieberkrämpfen und das eben, weil das Immunsystem geschwächt ist. Und auch Autoimmunerkrankungen unterschiedlichster Art werden durch ein Mangel an Kaliumphosphoricum ausgelöst. Nierenentzündungen mit Eiweißausscheidungen im Urin, dann, wenn also im Urin Eiweiße festgestellt werden, das ist etwas, was in der Medizin nicht gerne gesehen wird, denn die Eiweiße müssen wieder vom Körper zurückgehalten werden, weil die sind im Körper wichtiger und sollten nicht durch die Nieren ausgeschieden werden. Dann auch Hautentzündungen werden sehr häufig durch einen Mangel an Kaliumphosphoricum verursacht und vor allen Dingen auch die Neurodermitis hat also auch häufig als Antreiber den Mangel oder den Bedarf an Kaliumphosphoricum. Im Übrigen, bevor ich zum nächsten Mineralsalz weitergehe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Sie in dem Chat hier bei YouTube Fragen stellen können und wenn ich dann fertig bin mit meinem Thema, dann werde ich diese Fragen gerne beantworten, soweit es mir möglich ist, da eine Antwort zu finden. Also gerne stellen Sie Fragen zum Thema, wenn Ihnen etwas nicht klar sein sollte. Ferrumphosphoricum ist dann das nächste Mineralsalz und von der Hauptwirkung her ist Ferrumphosphoricum wichtig für die Sauerstoffversorgung des Körpers, das erste Entzündungsstadium zu regeln, also das akute Entzündungsstadium und die Muskulatur braucht dieses Mineralsalz. Im Bereich des Aufbaus hat Ferrumphosphoricum Muskelzellen aufzubauen, Hämoglobin zu bilden, das Myoglobin, das in den Muskeln vorkommt, auch das rote Knochenmark wird mit Hilfe von Ferrumphosphoricum gebildet und es hat die Ringfasern der Muskulatur zu bilden und auch die ringartig angeordnete Muskulatur in Hohlorganen auch aufzubauen. Im Betrieb ist Ferrumphosphoricum wichtig für den Sauerstofftransport und Sauerstoff ist ganz wichtig, um in allen Zellen eben Energie aus Glykogen, in einer Speicherform von Zucker oder Kohlenhydraten, die also im Körper in großen Mengen vorhanden ist und eben mit Hilfe von Sauerstoff dann auch in kürzester Zeit eben Energie, Körperenergie erzeugen kann. Daher ist es auch ein ganz wichtiges Mineralsalz für die Muskeltätigkeit, zur Vorbeugung des Muskelkaters und auch zur Infektabwehr. Und im Bereich der Reinigung hat Ferrumphosphoricum die Aufgabe, Muskelzellen und alle anderen Gewebe zu reinigen. Ferrumphosphoricum ist das Mittel des ersten Entzündungsstadiums und ist wichtig für alle akuten entzündlichen Prozesse. Da ist es das Hauptmittel. Und akut entzündliche Prozesse heißen im Lateinischen am Ende immer Itis, Bronchitis, Sinusitis, um mal einige zu nennen. Aber ich versuche, Deutsch zu reden. Und wichtig ist, dass wir wissen, dass Ferrumphosphoricum ein ganz wichtiges Fiebermittel ist. Es ist eigentlich das klassische Fiebermittel bis 39 Grad Celsius. Eigentlich sagt man 38,8 Grad Celsius Axillartemperatur. Also etwa bis 39 Grad Celsius. Und es ist wichtig bei akuten Muskelentzündungen. Also alle entzündlichen Prozesse, die im Bereich des ersten Entzündungsstadiums fallen, sind akut entzündliche Prozesse. Also auch die akute Sehnenscheidenentzündung. Oder der akute Tennisarm oder der akute Tennisellenbogen oder der akute Golferellenbogen. dann die Sehnenscheidenentzündung. Dann die Faszienentzündungen, Schleimbeutelentzündungen. Aber alle akuter Natur. Das heißt, diese sind sehr, sehr schmerzhaft. Und diese Entzündungen sollten in der Regel auch nicht zu lange anhalten. Und dann akute Hautentzündungen. Die Neurodermitis fällt darunter. Wir sehen also, die Neurodermitis haben wir jetzt, wir haben jetzt, wir sind jetzt am dritten Mineralsalz, was wir besprechen. Wir haben das jetzt schon bei allen drei Mineralsalzen erwähnt bekommen. Und Gelenkentzündung, Arthritis. Arthritis, da haben wir auch am Ende die diese lateinische Endung Itis. Das ist also die akute Gelenkentzündung, die auch in der Regel sehr schmerzhaft ist. Dann eine Knochenentzündung, dann eine Knochenmarkentzündung, Zahnentzündungen. Und die sind ja auch typisch, wenn sie akuter Art sind, dass sie dann klopfenden, pochenden Schmerz haben. eine Magenschleimhautentzündung, die führt dann auch sehr häufig dazu, dass also hier auch das Essen nicht behalten wird, das wird dann erbrochen, weil der Magen nicht in der Lage ist, das Essen dann zu verdauen und dann wird es wieder hinausgeschickt, als Lebensmittelhusten. Dann eine Leberentzündung akuter Art oder eine Gallenblasenentzündung, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, das können alle sehr, sehr heftige Erkrankungen sein, die alle eben, wenn sie akut sind, auch entsprechend Ferrumphosphorikum benötigen. Eine Nierenentzündung. Und dann haben wir eine Autoimmunerkrankung, den Morbus Crohn, der also auch in einer akuten Phase dann auch sehr schmerzhaft sein kann, auch die Colitis ulcerosa, die dann eben im akuten Stadium dann Ferrumphosphorikum benötigen, dann wenn sie wieder einen akuten Schub hat, diese Erkrankung oder diese beiden Erkrankungen. Dann eine Bronchitis, eine akute Bronchitis, Infekte, Erkältungen, auch Grippe, also wenn, also Influenza, wenn solche Infekte im Anflug sind, dann machen sehr viele Menschen so ihre ersten Gehversuche mit diesem Mineralsalz, dann nehmen sie drei oder fünf Tabletten Ferrumphosphorikum hintereinander weg und dann merken sie schon sehr häufig, dass es ihnen besser geht, wenn es sie gefröstet hat und dann war es das meistens. Nierenentzündungen, oh die habe ich ja schon erwähnt, es ist doppelt, dann Harnwegsinfekte und auch Blasenentzündungen können eben Ferrumphosphorikum benötigen, auch eine Venenentzündung, akute Venenentzündung und auch die Fibromyalgie. und dann, was also auch sehr wichtig ist, die Gichtzehe ist ja auch eine ganz heftige Entzündung, meistens der Großzehe und die dann ganz rot und heiß geschwollen ist und sehr berührungsempfindlich, da kann selbst eine Feder großen Schmerz auslösen und eben alle äußerst berührungs- und druckempfindlichen Bereiche brauchen Ferrumphosphorikum, es ist ein klopfender, pochender Schmerz, so wie der Herzschlag, wie der Puls ist dann der Schmerz, er schiebt dann so richtig an, wie das Herz schlägt und ist sehr unangenehm und Ferrumphosphorikum kann dann diesen Schmerz sehr schnell stillen. Der Schmerz, dieser klopfende, pochende Schmerz bessert sich durch Kälte, deswegen legt man häufig bei einem akuten entzündlichen Prozess immer etwas Kühleres oder Kaltes drauf und der Schmerz verstärkt sich durch Wärme und wird unerträglich und der Schmerz bessert sich durch Ruhe und der Schmerz verstärkt sich durch Bewegung. Kopfschmerzen, Migräne, wenn sie klopfend pochender Natur sind, brauchen Ferrumphosphorikum, Stirnhöhlenentzündung, die Sinusitis ebenfalls und all diese akut entzündlichen Prozesse brauchen diese Mineralstoffe, also dieses Mineralsalz, ich habe mich gerade etwas ablenken lassen, weil ich mal auf den Chat geschaut habe und aber den werde ich oder den werden wir, wir sind hier im Team und dann gemeinsam dann noch her bearbeiten, wenn ich mit dem Vortrag fertig bin. Dann haben wir die Nummer 4, das Kaliumchloratum und Kaliumchloratum wirkt hauptsächlich für das zweite Entzündungsstadium es bildet Faserstoff, es hat das Drüsensystem zu steuern, das lymphatische System und das Immunsystem und im Aufbau ist Kaliumchloratum wichtig, um Faserstoffzellen aufzubauen. Faserstoffzellen werden auch Kollagen genannt, das sind weiße unelastische Fasern der Sehnen, der Bänder, der Knochen, der Gelenkkapseln und des Knorpels und Faserstoffzellen kommen praktisch in jedem Gewebe vor, sogar im Blut und außerdem hat Kaliumchloratum auch Nervenzellen aufzubauen, Muskelzellen, Bindegewebszellen, Drüsenepithel, also das ist das Drüsengewebe, das Lymphgewebe, die Nieren und selbst die Haare werden mit Hilfe von Kaliumchloratum aufgebaut und zwar eben durch den Faserstoff und im Betrieb ist Kaliumchloratum wichtig, chronische Entzündungen zu behandeln und im Bereich der Reinigung hat Kaliumchloratum vor allen Dingen Harnsäure zur Ausscheidung zu bringen, Harnstoff abzubauen und Kreatinin. All diese drei genannten Stoffe sind harnpflichtige Stoffe, die über die Nieren ausgeschieden werden und dann hat Kaliumchloratum auch die Aufgabe Cholesterin abzubauen und Chemikalien, also chemische Gifte, Arzneimittel und auch Impfungen. Und es ist ja das Mittel des zweiten Entzündungsstadiums für die chronisch entzündlichen Prozesse zuständig. Und wenn zum Beispiel ein akut entzündlicher Prozess, der ja vor allen Dingen durch Ferrumphosphorikum gesteuert wird oder geregelt wird, nicht genügend Ferrumphosphorikum zur Verfügung hat, dann geht dieser entzündliche Prozess in das chronische Stadium über und muss dann von Hilfe mit Hilfe von Kaliumchloratum eben beseitigt werden. Und Kaliumchloratum Mangel erzeugt dann auch sehr häufig Schwellungen. Und wie kommt das? Wir wissen ja jetzt schon, dass Kaliumchloratum vor allen Dingen Faserstoffzellen aufzubauen hat. Und Faserstoff ist eine Zellart, also ist Kollagen, was also praktisch in allen Geweben vorkommt, egal in welchem Organ, selbst im Blut. Und Faserstoff ist etwas ganz Wichtiges, eben weil es verbindet, es baut das Bindegewebe auf, es ist das Verbindende und wird im Lateinischen mit der Silbe Fieber also F-I-B-R dann oder F-I-B-E-R heißt dieses Wort und wird das dann bezeichnet und wenn jetzt zum Beispiel eine Entzündung ins chronische Stadium übergeht, muss dieses mit Hilfe von Kalium Chloratum beseitigt werden. Aber wenn nicht genügend Kalium Chloratum vorhanden ist, dann haben wir ein Problem. Dann könnten diese entzündlichen Prozesse nicht behandelt werden und das könnte dann sehr gefährlich werden für den jeweiligen Menschen und da hat die Natur einen wunderbaren Mechanismus eingebaut in unseren Körper, dass die Natur dann aufgebaute Faserstoffzellen opfert, dass sie diese auflöst, wenn nicht genügend Kalium Chloratum als freies Mineralsalz zur Verfügung steht, dann werden in den betreffenden entzündlichen Gewebe dann die Faserstoffzellen aufgelöst, sodass das Kalium Chloratum als freies Mineralsalz zur Verfügung steht für die Abwehr und das ist ein sehr guter Mechanismus den die Natur hat, denn wir haben Unmengen an Faserstoff in jedem Gewebe, sodass dem Körper hier dadurch keine Nachteile entstehen. Allerdings der gelöste Faserstoff ist ja dann auch noch vorhanden und dieser gelöste Faserstoff führt dann in diesem Gewebe zu einer Schwellung und diese Schwellungen die sind nicht jetzt schmerzhaft die hängen mit dem Kalium Chloratum Mangel zusammen und die werden dann wenn dem Körper auch Kalium Chloratum zugeführt wird dann auch wieder verschwinden können. Kalium Chloratum ist daher bei chronischen Muskel Entzündungen wichtig bei chronischen Sehnen Entzündungen bei Sehnen Scheiden Entzündungen chronischer Art dann haben wir auch eine Schwellung dort auch im Bereich der Sehnen und der Sehnen Scheiden und auch bei den chronischen Entzündungen der Faszien oder wenn wir Schleim Beutel Entzündungen haben die ja um die Gelenke angebracht sind dann schwellen auch die Schleim Beutel an und dann sind die Gelenke auch angeschwollen auch bei Gelenks Entzündungen bei Arthritis kann wenn das Gelenk sehr stark anschwillt kann hier bereits ein zweites Entzündungsstadium vorliegen und ein Kalium Chloratum Mangel und bei einer Gelenk Degeneration bei einer Arthrose sowieso und bei einer Knochen Entzündung wird sehr häufig Kalium Chloratum benötigt neben den anderen Mineralsalzen die auch schon erwähnt wurden auch bei Knochen Haut Entzündung und Knochen Mark Entzündung ebenso bei chronischen Zahn Entzündungen da haben wir dann auch sehr häufig dann so etwas wie eine dicke Backe Magenschleimhaut Entzündung chronischer Art die dann nicht zu Erbrechen führt die aber dazu führt dass dann gewisse Nahrungsmittel unverträglich werden dass wir dann auf Nahrungsmittel reagieren weil der Magen darauf reagiert dann kann es sein dass wir dann irgendwelche allergischen Reaktionen daraus dann haben eine Leberentzündung chronischer Art die dann auch übrigens zu einer Leberschwellung führt die dann Fettleber genannt wird das hat nichts mit Fett zu tun sondern das ist eine Ansammlung von Faserstoff dann eine Gallenblasen Entzündung oder eine Bauchspeicheldrüsen Entzündung wenn sie chronischer Art ist oder auch eine Nieren Entzündung oder eine Nieren Becken Entzündung oder Harnwegsinfekte Blasen Entzündung können also Kalium Chloratum brauchen und auch Autoimmunerkrankungen wie der Morbus Crohn und die Colitis Ulcerosa die dann eben auch dazu führen dass das Gewebe im Darm auch anschwillt und das kann dann auch noch zusätzlich zu den entzündlichen Prozessen dann auch noch weitere Störungen im Bereich der Darmtätigkeit nach sich ziehen dann eine chronische Bronchitis eine Venenentzündung wenn sie chronisch ist oder auch eine Fibromyalgie kann mit einem Kalium Chloratum Mangel zusammenhängen oder des Ulcus Cruris das sind offene Beine die sich auch sehr häufig entzünden und dann eben dieses Mineralsalz brauchen oder auch schlecht heilende Wunden wildes Fleisch was dann eben auch chronisch entzündlich ist das auch geschwollen ist das braucht ebenfalls Kalium Chloratum auch Hautentzündungen wenn sie mit Schwellungen einhergehen bei Infekten Erkältungen bei der Grippe dann Schnupfen vor allen Dingen dann wenn er zählösenden Schleim hat oder der sogenannte Stockschnupfen der dann zu durch entzündliche Schleimhautschwellungen führt und dann stockt der Schnupfen deswegen heißt er Stockschnupfen und Hautentzündungen chronischer Art wie sie auch bei der Neurodermitis auftreten die dann auch zu einer Schwellung der Oberhaut führen und des ganzen Hautgewebes das nächste Mineralsalz ist die Nummer 5 das Kaliumphosphoricum und von der Hauptwirkung ist Kaliumphosphoricum wichtig um Lecithin zu bilden es hat den Sympathikus zu steuern und es ist für die Fäulnisverhütung wichtig und im Aufbau hat Kaliumchloratum Nerven und Gehirnzellen aufzubauen Muskelzellen Blutzellen und auch die Zellmembranen und im Betrieb ist Kaliumphosphoricum wichtig für den Zellstoffwechsel für die Muskelanregung als Antriebsmittel ist es wichtig es wird auch als Leben gebendes Mittel betrachtet und spielt generell bei der Muskeltätigkeit eine wichtige Rolle und im Bereich der Reinigung hat eben Kaliumphosphoricum Ermüdungsgifte auszuscheiden und auch Fäulnisgifte die vor allen Dingen auch bei entzündlichen Prozessen entstehen Was hat jetzt Kaliumphosphoricum generell bei entzündlichen Prozessen für Aufgaben Es ist erstmal das Mineralsalz bei hohem Fieber Wenn es über 39 Grad deutlich steigt dann brauchen wir Kaliumphosphoricum also damit ist genau höher als 38,8 Grad Celsius Axillartemperatur gemeint Dann Muskelentzündungen mit Lähmungserscheinungen brauchen Kaliumphosphoricum Ausscheidung von Fäulnisgiften Es ist also auch ganz wichtig und ich sagte gerade schon dass eben Fäulnisgifte sehr häufig auch im Bereich bei Entzündungen vor allen Dingen bei lang anhaltenden problematischen entzündlichen Prozessen auftreten und da wird dann Kaliumphosphoricum wichtig da haben wir nämlich sonst auch nekrotische Prozesse Zelluntergangs also Zellzerstörungsprozesse und da wird dann auch ein Entzündungsmediator ausgeschieden das Stickstoff Monoxid und bei der Paradontose ist auch Kaliumphosphoricum wichtig also bei der Zahnfleisch Entzündung da ist also auch ganz typisch dieses Mineralsalz notwendig und dann bei Druckgeschwüren bei bettlägerigen Dekubitus wird das genannt und dann haben wir das sechste Mineralsalz die Nummer sechste das Kaliumsulfuricum und Kaliumsulfuricum wirkt hauptsächlich auf die Deckgewebe ist für die Sauerstoffversorgung der Zellen wichtig und hat auch das dritte Entzündungsstadium zu regeln und ist für die Muskulatur von besonderer Wichtigkeit im Aufbau hat dieses Mineralsalz Zellmembranen aufzubauen Muskelzellen Faszien Gelenkkapseln und die Gelenkinnenhäute und im Betrieb hat Kaliumsulfuricum das dritte Entzündungsstadium zu regeln es ist wichtig für die ausheilenden entzündlichen Prozesse für die Zellatmung für den Stoffwechsel und für das Immunsystem und im Bereich der Reinigung hat Kaliumsulfuricum die Aufgabe die Zellen zu reinigen es ist wichtig für die Leberfunktion und die Nierenfunktion für die Oberhaut oder Hauterneuerung und auch die Schleimhauterneuerung es ist also das Mittel des dritten Entzündungsstadiums des Wiederherstellungsstadiums des Stadiums der Reparatur was also sehr sehr wichtig ist und ist daher auch bei Gelenkentzündungen dann wenn sie ausheilen ganz besonders wichtig bei Gelenkdegeneration ist es auch wichtig bei der Arthrose bei der Gelenkkapselentzündung bei Fibromyalgie bei entzündlichen Muskelerkrankungen bei Schleimbeutelentzündungen bei Sehnenansatzentzündungen und auch bei Sehnenscheidenentzündungen wir müssen uns das so vorstellen das ist dann wenn eine Entzündung zur Ausheilung kommt wenn sie so die verschiedenen Stadien durchgemacht hat im ersten nicht ausgeheilt werden konnte und auch dann durch das zweite chronische Stadium dann durch laufen ist und dann kommt es dann ins Wiederherstellungsstadium und dann muss noch mal so eine Art Frühjahrsputz oder Großreinemachen stattfinden und dann werden viele Gifte ausgeschieden dann müssen die Oberhäute die Schleimhäute erneuert werden die Gelenkinnenhäute oder auch die Innenhäute eben in den Sehnen scheiden und dann können diese dann ausheilen fehlt aber Kalium Sulfuricum in so einem Prozess des dritten Entzündungsstadiums sodass eine Entzündung nicht zur Ausheilung kommt dann wird es problematisch dann geht sie wieder zurück in das zweite Entzündungsstadium oder in so ein Zwischenstadium das ist immer Schwank zwischen zweiten und dritten Entzündungsstadium und das sind entzündliche Prozesse die keinesfalls günstig ablaufen und deswegen spielt Kalium Sulfuricum eine so wichtige Rolle bei allen entzündlichen Prozessen die wieder in die Reparatur kommen müssen und so chronisch rezidivierende entzündliche Prozesse die hängen sehr häufig mit dem Kalium Sulfuricum zusammen und deswegen ist das auch ein ganz ganz wichtiges Mineralsalz bei entzündlichen Prozessen aber schauen wir was da noch vorkommt also Tennisellenbogen Tennisarm Golfer Ellbogen und Achillessehnen Entzündung Magenschleimhaut Entzündung Leber Entzündung Gallenblasen Entzündung Bauchspeicheldrüsen Entzündung Nieren Entzündung Harnwegsinfekte auch Blasen Entzündung die ja sehr unangenehm sein können und auch sind und dann jegliche Infekte Erkältung und auch die Influenz Influenza also auch die Grippe und alle Erkrankungen die so in den Bereich der Influenza hineinpassen und dann manchmal unterschiedlichste Erreger haben und Bronchitis die auch nicht zum Ausheilen kommt und es ist total interessant wenn wir solche Erkrankungen haben die nicht in die Ausheilung in das Ausheilungsstadium kommen wie zum Beispiel Husten mit gelblichem Schleim also eine Bronchitis die nach Wochen und Monaten immer noch nicht zu Ende gekommen ist da wird diesen Krankheiten sehr häufig ein englisches Wort davor gesetzt Long und schauen Sie mal was für Erkrankungen heute alle so mit Long irgendwas bezeichnet werden die brauchen auch unter anderem Kalium Sulfuricum dann Stirnhöhlen Entzündung die Sinusitis der Morbus Crohn also Autoimmun Erkrankungen die Colitis Ulcerosa Venen Entzündung und übrigens diese Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa die auch eben dauerhaft bei vielen Menschen auftreten die wurden schon in in vielen Fällen wirklich ausgeheilt oder sind symptomlos geworden dann Druckschmerzen unter Kalium Sulfuricum Mangel haben wir einen bestimmten Schmerz einen Druckschmerz und der fühlt sich so an wie wenn das Gewebe dann unter Druck steht das können Kopfschmerzen oder Migräne so eine Art Kater Gefühl als wenn dann der Kopf einen Druck hat als wenn er platzen möchte ja das ist also auch typischer Druckschmerz und dieser Druckschmerz kann also überall auftreten auch im Bauchraum Völlegefühle haben wir dann nach dem Essen oder so weiter also auch Haut Entzündung Kalium Sulfuricum ist sehr wichtig um Deckgewebe aufzubauen was sind Deckgewebe Deckgewebe sind also die Oberhaut zum Beispiel und sämtliche Schleimhäute und die werden mit Hilfe von Kalium Sulfuricum aufgebaut und wenn die sich entzünden braucht es auch zum Abheilen dieser entzündlichen Prozesse dieses Mineralsalz dann haben wir die Neurodermitis auch die Psoriasis gehört mit darunter und Allergien jeglicher Art auch Autoimmunerkrankungen zwei hatte ich ja schon mal genannt mit der Colitis Ulcerosa und dem Morbus Crohn dann sämtliche Schleimhaut Entzündungen fallen darunter und damit sind wir schon beim siebten Mineralsalz dem Magnesium Phosphuricum und in der Hauptwirkung hat Magnesium Phosphuricum das zentrale Nervensystem zu steuern es hat die Muskulatur zu steuern das Drüsensystem es ist für die Knochen wichtig und es ist ein ganz wichtiges Stoffwechselmittel und auch für das Immunsystem das ja sehr eng verzahnt ist mit dem Nervensystem und im Aufbau hat Magnesium Phosphuricum zum Beispiel Nervenzellen aufzubauen auch Knochen Hüllen zu festigen und den Zahnschmelz aufzubauen und im Betrieb ist es wichtig für die ungewollte Tätigkeit also für die automatische Tätigkeit aller Organe für die Peristaltik des Darms für den Stoffwechsel für das Abwehrsystem und für die Drüsentätigkeit und im Bereich der Reinigung spielt Magnesium Phosphuricum vor allen Dingen bei der Gasausscheidung eine ganz wichtige Rolle vor allen Dingen Fäulnisgase Ammoniak auch Stickstoff also auch unter anderem Stickstoff Monoxid der ja auch ein Entzündungsmediator ist Was hat Magnesium Phosphuricum für eine Wirkung auf entzündliche Prozesse oder welche entzündlichen Prozesse werden durch einen Bedarf an Magnesium Phosphuricum verstärkt und zwar alle die Prozesse entzündlichen Prozesse die plötzlich dann stechende Schmerzen haben oder einen ziehenden Schmerz haben und diese ziehenden stechenden Schmerzen sind sehr typisch für Magnesium Phosphuricum Mangel das sind blitzartig schießende Schmerzen die einen dann manchmal zum Krümmen nötigen und dieser Schmerz verbessert sich durch Wärme aber er verstärkt sich durch Kälte und dieser Schmerz verbessert sich durch Bewegung wenn man dann so einen Anlaufschmerz hat man wacht morgens auf steht auf und dann hat man so einen Schmerz der einen dann noch sich nicht richtig aufrichten lässt dass man so wie eine Art Hexenschuss hat in leichter Form und dann bewegt man sich eine Weile und nach drei vier fünf Minuten kann man plötzlich sich schmerzfrei bewegen das ist auch typisch Magnesium Phosphoricum Schmerz und der Schmerz der durch Magnesium Phosphoricum Mangel entsteht verstärkt sich durch Ruhe ein Mangel an Magnesium Phosphoricum kann zu Nervenentzündungen führen und Nervenentzündungen können diese Schmerzen aufweisen eine Ischias Entzündung Wer schon mal eine Ischias Entzündung hatte der weiß was die Stunde geschlagen hat und das ist also ein sehr furchtbarer Schmerz den kann man in vielen Fällen mit Magnesium Phosphoricum lindern oder Muskelschmerzen die eben bei entzündlichen Prozessen dann so ziehenstechender Art sind und Schmerzen bei Gelenks Entzündungen die eben in dieser stechenden ziehenden Form auftreten sind auch immer Magnesium Phosphoricum Mangelschmerzen auch bei einer Blasenentzündung wenn die sticht oder ein ziehenden Schmerz hat so krampfartig dann ist das ist nicht die 3 nicht die 4 nicht die 6 sondern das ist die Nummer 7 das Magnesium Phosphoricum oder Gallengangs Entzündungen die dann auch noch sehr häufig mit Koliken einhergehen die brauchen Magnesium Phosphoricum auch Nieren Entzündungen die auch also Nieren Becken Entzündungen die also auch mit Koliken dann sehr häufig enden brauchen Magnesium Phosphoricum auch entzündliche Schwellungen durch Stickstoff Monoxid die brauchen auch Magnesium Phosphoricum und die haben wir dann manchmal zum Beispiel bei Zahnschmerzen dicke Backe und die dann dieses Mineralsalz brauchen da ist dann praktisch eine Stickstoff Ansammlung und da ist zu viel von dem Entzündungsmediator Stickstoff Monoxid vorhanden und manchmal auch Eiter aber da kommt dann ein anderes Mineralsalz zum Tragen und daher ist also auch wenn es um gas ausscheide mangelnde gas ausscheidung geht eben dieses Mineralsalz wichtig auch bei sämtlichen Allergien spielt Magnesium Phosphoricum eine wichtige Rolle weil das ja eine Immunsystem Schwäche ist eine Abwehr Schwäche und das Immunsystem ist sehr eng mit dem Nervensystem verknüpft auch Autoimmunerkrankungen können ausgelöst werden durch diesen Mineralsalz Mangel und dann kommen wir zum achten Mineralsalz zu Natrium Chloratum und Natrium Chloratum ist wichtig eben hauptsächlich für den Wasser und Säfte Haushalt im Körper es hat Schleimstoff zu bilden also Muzin und spielt beim Säurebasen Haushalt eine sehr große Rolle und ist wichtig um Knorpelgewebe und Gelenkschmiere aufzubauen und es spielt daher für die Gelenke eine große Rolle es hat also Muzin den Schleimstoff aufzubauen und ist auch für die Schleimhaut Bildung wichtig also auch gemeinsam mit Kalium Sulfuricum wobei dem Natrium Chloratum vor allen Dingen die feuchten Teile die schleimigen Teile der Schleimhaut dann von der dann praktisch richtig aufgebaut werden dann spielt es bei der Zellneubildung eine wichtige Rolle bei der Blutbildung und es bildet auch Entzündungsmediatoren und es bildet Gelenkschmiere Knorpelgewebe Gelenkknorpel Bandscheiben Menisken Sehnen und Bänder und im Bereich des Betriebs ist es wichtig für die Regulierung des Wasserhaushaltes für die Schmierung der Gelenkflächen und für den Säurebasen Haushalt und im Bereich der Reinigung hat Natrium Chloratum vor allen Dingen Nikotin zur Ausscheidung zu bringen und vor allen Dingen Metalle die alle miteinander im Körper nichts zu suchen haben und diese Metalle sind brauchen also sehr wichtig auch dieses Mineralsalz eben auch um Aluminium abzubauen Arsen abzubauen Blei und Quecksilber und Natrium Chloratum hat im Bereich der entzündlichen Prozesse ganz wichtige Funktionen es hat eben da es bei einem Mangel zu einem eingeschränkten Regenerations- und Reparaturbestreben des Körpers führt auch dieser Mangel einen negativen Einfluss auf sämtliche entzündlichen Prozesse also auch Gelenksentzündungen Arthritis brauchen dieses Mineralsalz auch bei Gelenkdegeneration bei der Arthrose wird dieses Mineralsalz benötigt auch bei der Sehnenscheiden Entzündung weil die Sehnenscheiden auch geschmiert werden müssen mit Gelenkschmiere und bei der Schleimbeutel Entzündung spielt auch Natrium Chloratum eine wichtige Rolle wenn da ein Mangel und dass das auch abheilen kann auch bei der Magenschleimhaut Entzündung und wenn hier zum Beispiel Natrium Chloratum fehlt dann haben wir sehr leicht Sodbrennen und Natrium Chloratum Mangel geht eben auch mit einem brennenden Schmerz einher egal wo dieser Schmerz auftritt brennende Schmerzen bei entzündlichen Prozessen brauchen vor allen Dingen Natrium Chloratum Harnwegsinfektionen auch Blasenentzündungen brauchen Natrium Chloratum hier treten auch sehr häufig brennende Schmerzen auf weil hier ist der Aufbau der Blasenschleimhaut oder der Schleimhäute der der Harnleiter und der Harnröhre nicht richtig aufgebaut und dann haben wir diese schmerzhaften entzündlichen Prozesse auch bei Allergien brauchen wir sehr häufig dieses Mineralsalz und auch bei Autoimmunerkrankungen bei Schleimhaut Entzündungen und Autoimmunerkrankungen auch der Morbus Crohn der findet ja das ist eine Erkrankung im Darm dort ist also auch der Aufbau der Schleimhäute gestört ebenso bei der Colitis Ulcerosa sind auch die Schleimhäute des Darms gestört und dann haben wir eine weitere Autoimmunerkrankung zum Beispiel den Morbus Bechterew der zu entzündlichen Prozessen in den Gelenken führt und die dann auch zur Verknöcherung der Gelenke führen und dann haben wir auch zum Beispiel bei dem Mangel an Natriumchloratum was also auch sehr häufig bei dem Morbus Bechterew auch noch auftritt ist zum Beispiel eine Iritis also eine Entzündung der Regenbogenhaut also der Iris also dem Teil dem farbigen Teil unseres Auges was beim einen Blau beim anderen Braun beim anderen Grün oder Grau gefärbt ist und der kann sich also der Bereich kann sich auch entzünden oder die Bindehaut Entzündung die braucht auch Natriumchloratum und das nächste Mineralsatz ist die Nummer 9 das Natriumphosphoricum Natriumphosphoricum ist vor allen Dingen ein Säuretilger es hat Fettsäuren abzubauen Kohlensäure Milchsäure Harnsäure und im Aufbau spielt Natriumphosphoricum eine große Wichtigkeit für die Bildung des Blutes also für die Blutkörperchen für die Nerven und Gehirnzellen insbesondere die weiße Substanz des Gehirns die Substantia Alba dann ist es wichtig um Muskelzellen aufzubauen die Galle zu bilden und den Säureschutzmantel der Haut und das gelbe Knochenmark und es hat Entzündungsmediatoren zu bilden zum Beispiel die Prostaglandine und im Betrieb spielt Natriumphosphoricum dann für den Fettstoff Wechsel eine ganz wichtige Rolle und bei der Verdauung und beim Citratzyklus oder Zitronensäurezyklus bei der Muskeltätigkeit und der Nerventätigkeit und bei der Reinigung hat Natriumchloratum das Blut zu reinigen das Interstitium also den Zwischenzellbereich das lockere Bindegewebe es hat überschüssige Harnsäure abzubauen Eiter abzubauen und überschüssige Milchsäure und im Bereich der entzündlichen Prozesse muss man sagen dass eben ein Mangel oder ein Bedarf an Natriumphosphoricum sämtliche entzündlichen Prozesse fördert wegen der Fehlproduktion von Entzündungsmediatoren den Prostaglandinen und dann können also auch entzündliche Prozesse regelrecht entgleisen und das kann zum Beispiel bei Gelenksentzündungen der Arthritis sein auch bei der Gelenkdegeneration der Autrose dann sind speziell bei Natriumphosphoricum Nervenentzündungen zu erwähnen die dann auch häufig als Neuralgien bezeichnet werden auch die Fibromyalgie wird angeheizt durch diesen Mineralsalzmangel und es können auch Störungen im Bereich der Gallenblase und des Gallengangs auftreten weil Natriumphosphoricum hat ja auch spielt ja bei der Bildung der Galle eine wichtige Rolle und wenn hier also etwas in der Bildung der Galle falsch läuft dann kann es also auch zu Gallenblasenentzündung und Gallengangsentzündung führen was dann der Auslöser von Steinleiden und alles mögliche was das dann noch nach sich zieht dann sein bei der Nummer 10 dem Natrium Sulfuricum haben wir hauptsächlich eine Wirkung auf den rückführenden Stoffwechsel und die Wiederverwertung und für den Zuckerstoffwechsel und Natrium Sulfuricum hat im Aufbau die Blasen und Dickdarmnerven zu steuern es ist für den Zuckeraufbau für die Gallenbildung und für die Ressourcenbereitstellung im Körper wichtig weil Natrium Sulfuricum ist wichtig um altersschwache Zellen abzubauen und diese zu zerlegen in ihre einzelnen Bestandteile und das was wiederverwertet werden kann wird dann als Ressource für die Zellerneuerung bereitgestellt und im Betrieb hat also eben Natrium Sulfuricum diese altersschwachen Zellen abzubauen hat den Zuckerstoffwechsel zu regeln der dann eben zu den Speicherformen des Zuckers führt die dann den einzelnen Zellen den Muskelzellen den Gehirnzellen und allen Zellen im Körper dann zur Verfügung steht wo dann mit Hilfe von Sauerstoff dann aus diesen Zuckern die durch Natrium Sulfuricum gebaut werden dann in kürzester Zeit Körperenergie produziert werden und Natrium Sulfuricum spielt auch eine ganz wichtige Rolle für den Gallenfluss und im Bereich der Reinigung hat Natrium Sulfuricum Zucker abzubauen auch ausscheidungspflichtige Stoffwechselprodukte zur Ausscheidung zu bringen die beim Zell bei der Zell Abbau oder beim Abbau altersschwacher Zellen dann eben anfallen und es hat Alkohol zum Abbau zu bringen also abzubauen im Körper Natrium Sulfuricums Bezug zu Entzündungen kann man so auch finden der Mangel an Natrium Sulfuricum fördert entzündliche Prozesse weil die Zellerneuerung eben gestört wird weil nicht genügend Ressourcen aus den abgebauten altersschwachen Zellen zur Verfügung gestellt werden und dann können entzündliche Prozesse auch leicht entarten und Natrium Sulfuricum Mangel kann dann auch zu Störungen des Abwehrsystems führen kann dann Allergien auslösen es fördert dann auch Autoimmun Erkrankungen und vor allen Dingen Leber Entzündung es ist ja auch für den Prozess der Gallen Produktion ganz wichtig und die Galle ist ja ein Verdauung Saft der in der Leber gebildet wird und da spielt Natrium Sulfuricum eine ganz wichtige Rolle und daher ist auch bei Gallen Blasen Entzündung und auch bei Gallen Gang Entzündung ebenfalls an Natrium Sulfuricum zu denken und auch bei der Dickdarm Entzündung und in manchen Fällen auch bei der Blasen Entzündung bei der Bauchspeichel Drüsen Entzündung ebenfalls aber wir können davon ausgehen dass all diese Erkrankungen die durch Natrium Sulfuricum Mangel ausgelöst sind sehr schwer wiegender Natur sind und die können sehr sehr schnell bedrohlich werden lebensbedrohlich und deswegen braucht es hier eine exakte Behandlung auch und manchmal auch wenn nicht rechtzeitig mit den Schüsselersalzen begonnen wurde auch eine schulmedizinische Behandlung auch die Grippe die Influenza braucht Natrium Sulfuricum weil bei der Grippe und bei allen Erkrankungen die so im Bereich der Influenza eben entstehen können können das sind alles schwerwiegende Erkrankungen die sehr schnell lebensbedrohlich werden können weil hier dann auch der Zellabbau durcheinander gerät und hier dann die ganze Ressourcen Bereitstellung für die Zellerneuerung auf den Kopf gestellt wird und dann kann das System sehr schnell zusammenbrechen und das letzte Mineralsalz ist die Nummer 11 das Silicea und Silicea ist in der Hauptsache wichtig Bindegewebe zu bilden das Nervensystem zu steuern und für die Schutzorgane im Aufbau hat Silicea das Grundgerüst des Bindegewebes zu regeln es ist wichtig für die Gehirn und Nervenzellen für die Muskeln für die Oberhaut für die Haare und auch für die Nägel und im Betrieb ist es wichtig für das System der Grundregulation im Bindegewebe für die Regelung des osmotischen Drucks und für die Leitfähigkeit der Nerven und im Bereich der Reinigung hat Silicea vor allen Dingen Ergüsse ins Gewebe abzubauen und in Hohlorgane Ergüsse Es hat Eiter abzubauen Harnsäure abzubauen und Fremdkörper und dazu gehören auch alle möglichen Produkte die bei Entzündungen anfallen diese müssen also auch mit Hilfe von Silicea ausgeschieden werden Also sehen wir da schon mal ganz deutlich einen Bezug zu diesem Mineralsalz also den Abbau von Entzündungsprodukten bei Zahnentzündungen bei der dicken Backe wenn dann auch Eiter sich gebildet hat braucht es Silicea eben auch der Abbau und die Ausscheidung von Eiterungen braucht Silicea bei der Gichtzee die ich schon zum Beispiel bei der Nummer 3 erwähnt hatte bei dem Ferrum Phosphoricum braucht es auch Silicea weil hier nämlich auch Harnsäure Kristalle abgelagert wurden die abgebaut werden müssen mit Hilfe dieses Mineralsalz und Gelenksentzündungen Arthritis die dann auch oder auch Gelenkdegeneration Arthrose die dann auch zu Gelenkergüssen führen die brauchen auch dieses Mineralsalz auch Nervenentzündungen brauchen Silicea und auch die Ischias Entzündung das ist ein Schreibfehler so schreibt man nicht Ischias Entzündung aber ich denke das wissen Sie wie das geschrieben wird und das war es was ich jetzt zu den Mineralsalzen und zu den entzündlichen Prozessen sagen kann und jetzt werden vielleicht einige von Ihnen verwirrt sein über diese Vielfältigkeit der Wirkungsweise aller elf Mineralsalze bei entzündlichen Prozessen und da werden Sie sich denken ja wie kann ich dann das richtige Mittel finden um hier dann eine Entzündung zum Abheilen zu bringen wie werden die Schüßlersalze optimal verordnet und da gibt es nur eine Antwort die traditionelle Antlitz Diagnostik nach Kurt Hicketier nicht Schüßlers Antlitz Diagnostik keine Antlitz Analyse sondern traditionelle Antlitz Diagnose nach Kurt Hicketier Kurt Hicketier wurde 1891 geboren und starb 1958 und er begann in jungen Jahren er war noch keine 20 Jahre alt dass er auf Schüßlers Literatur gestoßen ist und begeistert von der Biochemie war dass er dann diesen Ausspruch Schüßlers studiert die Antlitz Diagnostik dann aufgegriffen hat und die Antlitz Diagnostik erforscht hat die Antlitz Diagnostik wurde von Kurt Hicketier erforscht sie wurde von Wilhelm Dr. Wilhelm Schüßler als ersten erwähnt und aus seinem Buch eine abgekürzte Therapie kann man herauslesen dass Schüßler diese Antlitz Diagnostik intuitiv beherrschte aber er konnte nicht keine Angaben machen wie jetzt diese Antlitz Diagnostik Anzeichen aussahen das hat er intuitiv gemacht das hat er auch so beschrieben deswegen gibt es keine Antlitz Diagnostik nach Schüßler denn erforscht wurde sie von Kurt Hicketier und er hat über ein Jahrzehnt geforscht um und ist dann mit seinen ersten Ergebnissen an die Öffentlichkeit getreten aber er war mit seiner Forschung noch lange nicht zu Ende dieser hat mehrere Jahrzehnte angedauert also fast bis zu seinem Tod 1958 hat er immer noch mit der Antlitz Diagnose weiter geforscht und was ist die Antlitz Diagnostik nach Hicketier überhaupt die traditionelle Antlitz Diagnostik durch sie können Veränderungen auf der Haut festgestellt werden und er sagte Veränderungen auf der Haut sind Blüten innerer Zustände und man diagnostiziert Mängel an den Mineralstoffen nach Dr. Schüssler also nach den biochemischen Mitteln und die auf der Haut auftreten und zwar gibt es da drei Gruppen von Antlitz Diagnostischen Merkmalen zum einen sind das Färbungen zum anderen Glanz und die dritte Gruppe das ist die Gruppe der strukturellen Veränderungen und wie kann man die Antlitz Diagnostik erlernen das geht leider nicht online sonst würde ich das schon angeboten haben und ein jeder Mensch egal ob Therapeut oder Laie kann die Antlitz Diagnostik erlernen viele machen das einfach um Hilfe zur Selbsthilfe zu erfahren denn auch hier ist es wichtig wir müssen bevor wir krank werden uns wirklich mit unseren Heilungsmöglichkeiten beschäftigen denn wenn wir krank geworden sind dann wird es schwierig und Wissen ist eine Hohlschuld die jeder Mensch hat und deswegen ist es ganz wichtig dass man sich auch mit solchen Dingen beschäftigt optimal wäre es wenn so etwas wie die Antlitz Diagnostik wie Lesen und Schreiben schon bereits in der Schule gelehrt werden würde aber da sind wir wahrscheinlich noch viel zu weit von entfernt heutzutage kann man die Antlitz Diagnostik zum Beispiel in Ansätzen in Intensiv Workshops die meistens an Wochenenden stattfinden lernen oder in einem richtigen Ausbildungs Seminar das also 10 Tage dauert am Stück und das wird also meistens diese Ausbildungs Seminare finden in der Regel in Kämmenau statt Intensiv Workshops finden eigentlich überall statt wo es gewünscht wird wenn ich eingeladen werde dann mache ich das auch andern Orts nicht überall nicht in jedem Land aber wer daran Interesse hat kann mich fragen und wenn eine Gruppe von mindestens 15 bis 20 Menschen zusammen kommt dann kann man auch die antlitz diagnostischen Anzeichen sehr gut zeigen da hat man genügend aussagekräftige Gesichter um die wichtigsten antlitz diagnostischen Anzeichen zu zeigen sodass man die lernt und selbst bei einem Intensiv Workshop von zwei Tagen gehen die Teilnehmer dann nach dem zweiten Tag nach Hause mit einem veränderten Blick weil sie die Menschen mit anderen Augen sehen aber das bessere ist natürlich direkt ein Ausbildungs Seminar und man kann die Antlitz Diagnose nur am lebenden Menschen lernen das geht nicht mit Bildern nicht mit Videos und nicht online leider weil diese Technik noch nicht in der Lage ist Färbungen Glanz richtig rüber zu bringen sodass sie natürlich aussehen und außerdem kann man eine Antlitz Diagnose nur bei Tageslicht machen bei echtem Licht bei künstlichem Licht ist es schwierig und deswegen muss man das am lebenden Menschen erlernen also Fotos Videos und online ist leider ungeeignet dafür ja und jetzt werde ich mal mir den Chat anschauen und ja bevor ich das mache möchte ich mich aber noch ganz herzlich bedanken bei allen die mich bisher unterstützt haben in meiner Tätigkeit sei es mein Team was mir zur Seite steht auch jetzt oder durch Spenden die Unterstützung das ist alles ganz wichtig und dafür sage ich Dankeschön so und jetzt schauen wir mal den Chat an was wir da finden ja die eine Frage gibt es eine empfohlene Tagesdosis aller Schüßler Salze als Vorbeugung und beim akuten Zustand das ist jetzt nicht so einfach zu sagen denn eine Dosierung von Schüßler Salzen erfolgt in der Regel immer nach der Antlitz Diagnose und die Antlitz Diagnose ist ganz ganz wichtig bei der Findung der Mangelsituation und das führt automatisch dann auch zur Dosierung aber man kann auch Pauschaldosierungen sagen man sollte mit den betreffenden Schüßler Salzen die man braucht man braucht in der Regel nie alle elf Schüßler Salze gemeinsam sondern es ist so dass man nur meistens vier fünf oder sechs Schüßler Salze von diesen elf Salzen braucht und mehr ist es nicht und von diesen wenn man die einnimmt wenn man sie gezielt einem ist die Mindest Dosierung zehn Tabletten am Tag von jedem der erforderlichen Mineralsalze die werden dann durcheinander gemischt in ein Döschen was man dann bei sich trägt und dann kann man aus diesem Döschen dann maximal fünf Stück von in den Mund nehmen und dann einnehmen und diese Mineralsalze können dann über den Tag verteilt eingenommen werden sodass das dann verteilt wird und dann ist das auch wenn man so aus der Mischung immer fünf Stück nimmt auch sehr gut machbar der nächste die nächste Frage gibt es Schüßlersalz Nummer drei auch als Salbe bei einer Gichtzehe ja man kann jedes der Schüßlersalze auch in Salben oder in Cremeform bekommen und die kann man also auch einsetzen bei zum Beispiel bei einer Gichtzehe aber ich kann Ihnen eins sagen eine Gichtzehe wenn die so richtig schön entzündet ist die ist so berührungsempfindlich dass es fast unmöglich ist hier eine Salbe einzureiben da muss man vielleicht also diese Zehe muss in Watte gepackt werden und da muss man dann vielleicht ganz vorsichtig das machen aber es geht aber nur die Nummer drei würde ich nicht nehmen sondern da sind auch noch andere Salze wichtig können sie eine Empfehlung bei Autoimmunerkrankungen geben rheumatische Arthritis welche Salze können kombiniert werden in welcher Dosis eingenommen werden ja also Autoimmunerkrankungen können auftreten bei jedem Mineralsalzmangel und deswegen ist die sicherste Methode um den Bedarf hier festzustellen eben eine Antlitzdiagnose weil das ist der sicherste Weg und dann hat man auch gleich die Dosierung und dann kann man das gezielt machen und da anders so pauschal dann bleibt ihnen dann nur übrig alle elf zu nehmen schaden würde es nicht aber das ist auch sehr viel was man dann einnehmen müsste und man könnte eher dann die Mineralsalze die notwendig sind dann gezielt einnehmen also weniger und dann gezielt die dann auch in höherer Dosis sonst waren keine weiteren Fragen nicht ja dann würde ich sagen können wir die die ähm unseren heutigen Vortrag beenden ich bedanke mich ich bin doch erfreut dass so viele daran teilgenommen haben wie viele sind jetzt waren es mehr mal zwischendrin es waren über 50 genau ja ich habe das auch mal so aus dem Augenwinkel gesehen ja das hatte ich jetzt nicht im entferntesten erwartet dass so viele teilnehmen es freut mich sehr und ich würde mich freuen wenn sie unseren youtube kanal abonnieren und auch vielleicht unseren telegram kanal und dann bekommen sie auch sehr schnell mit wenn wieder neuigkeiten erscheinen also es ist so dass in den nächsten wochen und Monaten in unserem youtube kanal jeden mittwoch um glaube ich 16 oder 17 uhr ist immer mittwochs nicht ich glaube 16 uhr erscheint immer ein neues video und einige videos und zwar die vorträge die sind im mitglieder bereich und dieser mitglieder bereich der stößt manche ab weil der kostenpflichtig ist aber schauen sie sich mal bitte an mit welchen kosten das verbunden ist das ist eine monatliche ausgabe der der günstigste 99 cent im monat und da können sie sich dann die meisten vorträge dann anschauen und die sind dann frei verfügbar aber das muss jeder machen wie er will aber jedenfalls werden in den nächsten monaten jeden mittwoch auch noch dann weitere fragen und antworten erscheinen im youtube kanal und auch in unserem telegram kanal werden diese auch erscheinen und auch wenn neue live chats geplant sind oder wann die erscheinen geplant sind sie der nächste live chat wird stattfinden oder live stream wird stattfinden am vierten dezember merken sie sich das datum vor die uhrzeit wieder 19 uhr wir wollen das also in den nächsten monaten immer am ersten montag im monat machen der kein feiertag ist also im januar ist der erste januar der montag und dann machen wir das dann dann am ersten werktag der ein montag ist also am achten januar nur damit sie das schon mal wissen wie die planung ist und so die termine stehen schon fest und wenn sie entsprechende fragen stellen dann kann ich auch auf diese fragen in diesen live streams auch eingehen ja in diesem sinne sage ich danke schön fürs dabei sein und bis zum nächsten mal auf wieder sehen erwerben sie eine youtube kanal mitgliedschaft und erhalten den vollen zugang zu allen videos unseres kanals so Vielen Dank.